Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer in unserem Format Naturmedizin. Ich möchte heute nochmals über dieses doch pulsierende Thema 5G sprechen, über diesen ganzen Elektrosmog, wo da immer mehr auf uns zukommt. Ich habe mir dazu einen Herrn ausgesucht, der mich doch sehr beeindruckt hat, über seine Geschichte, er ist Heilpraktiker, er hat auch vieles vom Dr. Klinghardt schon gelernt, aber er hat auch eine Vorgeschichte, er ist nämlich so ein Meister, ein Shaolin-Meister, also jemand, der sich wirklich mit einer Kampfsportart auskennt. Das heisst für mich, er hat eine Sensibilität entwickelt, er hat eine geistige Fokussierung entwickelt und er ist heute mir auch wieder zugeschaltet, nämlich der Matthias Zebola. Ganz herzlich willkommen, lieber Matthias. Hallo, ja, schön, dass ich dabei sein kann. Klasse, ich freue mich. Sehr gerne, danke herzlich. Ja, ich habe schon einige Themen über 5G gemacht. Ich glaube, man kann nie genügend darüber aufklären, es sind immer wieder andere Zuschauer. Und ich möchte auch gerne mal ein bisschen aus deinem Erfahrungsschatz hören, wie du eingestellt bist auf das 5G. Positiv, negativ, ängstlich, vorsichtig, kritisch, zuversichtlich, sag mir einfach mal so irgendein paar Schlagwörter, die bei dir eins ins Herz gehen. Ja, es ist tatsächlich so, dass man vorsichtig sein muss, aber nicht panisch. Also Vorsicht ist wichtig und es ist wichtig, dass jeder für sich selber schaut, wo er dem Ganzen ausgesetzt ist. Nicht nur dem 5G, sondern allgemein dem ganzen Funk, dem ganzen Handy-Funk. Also diese Funk-Masten, die aufgebaut sind auf Häusern oder in Dörfern auf Masken, da sollte man eben schauen, wo die sich befinden und wo man sich selbst befindet, einmal zu Hause und einmal auf der Arbeit. Und da kann man dann abschätzen, inwiefern einen das betrifft oder nicht. Und 5G ist natürlich eine neue Entwicklung. Es ist eine andere Intensität noch mal, dieser ganzen Funkstrahlung. Eine höhere Strahlungsdichte, die dort notwendig ist, damit es funktioniert. Also wir brauchen mehr Antennen, die enger zusammenstehen, damit das Ganze läuft. Das ist natürlich wieder eine Steigerung von dem, was wir eh schon hatten. Aber wir haben ja schon eine Steigerung erlebt von 2G auf 3G, von 3G auf 4G und jetzt eben von 4G auf 5G. Und bis jetzt fallen die Leute nicht tot um durch die Strahlung. Das heißt, irgendwie kommt unser System schon zurecht. Nur häufig entstehen halt Probleme in der Gesundheit, Probleme mit dem Nervensystem, Probleme mit dem Entgiftungssystem und die sind dann langfristig und machen sich langfristig bemerkbar. Und da ist es dann schon so, dass es eine Rolle spielt. Und natürlich, es gibt Menschen, die das spüren, es gibt Menschen, die elektrosensibel sind und die sind es jetzt natürlich noch viel mehr, als sie es vorher eh schon waren. Und die müssen natürlich umso mehr auf sich Acht geben und gucken, wo sie leben, wo sie sind. Und das ist also, es gibt ja verschiedene Extreme. Es gibt Menschen, die sagen, ich merke hier gar nichts, mir macht das nichts. Und andere, die können tatsächlich nicht mal mehr ihr Zuhause verlassen. Ich glaube auch, dass das eine Krankheit wird, die sogenannte Elektrosensibilität oder Elektrohypersensibilität, heisst es, glaube ich. Also ich glaube auch, dass das ein Krankheitsbild werden wird. Aber noch was zum 5G. Ich meine, bisher haben unsere Antennen nach oben gestrahlt und oben war die Verbindung. Und heute mit 5G ist alles bestrahlt und wenn wir in diesem Strahlennetz drin laufen, ja, ist schon was anderes. Also es ist schon eine unglaubliche Dichte. Ja, das ist das Problem, dass es mehr zu uns kommt. Und noch haben wir die Chance, dem Ganzen ein bisschen aus dem Weg zu gehen, indem wir eben schauen, wo sind Antennen. Das heisst, wo halte ich mich auf. Und wenn man dann zwischen sich und der Antenne ein Gebäude hat, dann ist es oft schon so ein Hinweis, da ist jetzt die Strahlung nicht mehr so dicht. Wenn ich aber direkt gegenüber von einer Antenne arbeite oder lebe sogar, dann muss ich mir überlegen, ob ich da mal messe mit einem Messgerät und dann kann man Messwerte hole. Und wenn die zu hoch sind, dann sollte man entweder an baubiologische Maßnahmen denken oder aber tatsächlich auch daran denken, dass man umzieht oder irgendwie in andere Räume nutzt oder so. Es ist schon wichtig, da ernst mit umzugehen. Gleichzeitig natürlich gibt es Möglichkeiten, den Körper so ein bisschen zu schützen davor. Also es gibt verschiedene Varianten, was man machen kann, um den Körper zu schützen vor der Strahlung. Aber es ist wahrscheinlich echt besser, dem Ganzen so gut es geht aus dem Weg zu gehen. Die Gefahr ist jetzt, die ich sehe persönlich, wo auch noch niemand mir sagen kann, wie sich das aushalten wird, das ist dieses 5G von den Satelliten. Also das, was gerade Elon Musk und Co. versuchen, ein flächendeckendes Netz zu erstellen, um die Erde herum. Auf der einen Seite toll, man kann egal von wo auf der Welt dann ins Internet. Das ist natürlich nicht schlecht. Aber gleichzeitig ist es eben so, dass man dem Ganzen dann nicht mehr entfliehen kann. Wenn es vom Himmel runterkommt, dann ist es schwierig, nach Antennen zu suchen. Und da brauchen wir nochmal ganz andere Ideen. Weißt du, ich frage mich genau darin noch, ob wir da nicht auch vielleicht auch etwas kaputt machen mit der Erdatmosphäre, um die Erde herum. Ich weiss nicht, ist das alles durchgetestet? Sind wir so schlau gewesen, wir Menschen? Nein, nein, nein. Wie so häufig wird die Technologie? Also ich will gar nicht zu sehr jetzt, es gibt ja verschiedene Ebenen, auf denen man was denken kann. Aber die erste Ebene ist tatsächlich mal die naheliegende, die wirtschaftliche Ebene. Das heißt, es gibt Unternehmen, die profitieren davon, dass sie dort Netzwerke ausbauen, dass Handel schneller laufen kann, dass einfach dieses ganze Internetthema für den Kunden, für Werbung, für Kommunikation, für Einkauf, Verkauf nutzbar ist, für die Industrie nutzbar ist. Und ich glaube, das ist schon so. Wenn man sich anschaut, die Mobilfunk-Lobby ist momentan die stärkste Lobby im Senat zum Beispiel in Amerika. Also das heißt, die Pharma-Lobby oder andere Lobbys sind längst nicht mehr da, wo sie mal waren. Die Mobilfunk-Lobby hat alles überholt. Das ist schon interessant. Das heißt, es ist eine Riesenmacht dahinter. Darüber redet niemand, ja. Aber hast du noch irgendwas auch mal gehört? Weil ich habe immer gehört, dass überall an diesen grossen Städten, angefangen in Wuhan, dann rüber nach Italien, überall eigentlich ziemlich viele grippale Infektionen da waren. Wir haben in unserer Zeit einen anderen Namen dafür, das wollen wir jetzt gar nicht sagen. Aber der Zusammenhang zwischen 5G und dieser Grippe, gibt es da irgendwelche Zusammenhänge? Hast du da was gehört? Ja, das gibt es tatsächlich. Dadurch, dass es da so eine hohe Intensität hat, man muss wissen, es ist diese Strahlung, jede Form von hochfrequenter Mobilfunkstrahlung, aber je höher die Intensität, umso mehr. Jede Form sorgt dafür, dass der Calcium-Einstrom der Zelle verhindert wird oder behindert wird, andersrum. Das heißt, normalerweise ist es so, dass eine Zelle sich frei hält von Calcium und nur unter bestimmten Bedingungen darf Calcium in eine Zelle einströmen und muss dann unter Aufwendung von ATP, also unter Energieaufwendung, wieder aus der Zelle herausgeholt, ausgepumpt werden. Und diese Calcium-Kanäle, diese Calcium-Schleusen, die werden durch den Mobilfunk gelähmt, öffnen sich und lassen Calcium einfach frei einströmen in die Zelle. Dadurch ist die Zelle nicht mehr wehrhaft. Eine Zelle kann sich dann nicht mehr ordentlich wehren gegen mögliche Angreifer von außen. Also wir bleiben mal in diesem Szenario Angriff und Krieg bleiben wollen. Das andere könnte heißen, die Zelle ändert ihr Milieu. Und durch diese Milieuänderung haben es bestimmte Viren oder Keime leichter, in einer Zelle zu existieren, sich zu vermehren und die Zelle für sich zu nutzen. Und das ist das Problem bei der ganzen Mobilfunkstrahlung. Das hat man auch, wenn man zu Hause seinen WLAN anhat, den ganzen Tag, auch in der Nacht und dort der Strahlung ausgesetzt ist. Auch dort ändert sich das mit diesen Calcium-Kanälen. Aber es ist halt viel, viel intensiver, wenn eine Stadt ausgebaut ist mit 5G und man lebt, wird mittendrin. Dort kann man sich dem Ganzen dann nicht mehr entziehen. Und das ist schon enorm. Und das hat eine Wirkung, ja. Das habe ich leider schon öfters so gehört. Auch der Dr. Dietrich Klinghardt hat genau diese Wörter auch gewählt. Und wir haben das auch schon gesagt. Ja, jetzt hoffe ich wirklich, was können wir tun dagegen? Was hältst du vom Barfußlaufen? Man hört ja immer wieder, also ich meine, ich habe das auch gemessen, Elektrosmog geht den Weg des geringsten Widerstands. Wenn ich keine Gummisonen trage, leite ich den Elektrosmog eigentlich ab in die Erde. Ja, na ja, das ist klar. Dieses Erden oder Earthsing, das heißt die Bewegung, da ist viel dran. Also man sollte schauen tatsächlich, dass man sich immer wieder irgendwie mit der Erde verbindet. Ich habe zum Beispiel, ich kann es jetzt nicht zeigen, aber an dem Platz, wo ich arbeite, habe ich eine Matte, eine Erdungsmatte, wo ich immer meine Hand liegen habe. Wenn ich mit der Maus arbeite, liegt die automatisch immer auch mit auf dieser Erdungsmatte. Die ist angeschlossen an die Erdung vom Haus. Und so kriege ich immer diese negativen Elektronen ab, die einem dann helfen, dass man aus dem Elektrosmog irgendwie sich ein bisschen runterfahren kann. Das ist eine Möglichkeit von vielen Varianten. Eine andere gute Möglichkeit ist zu arbeiten mit bestimmten Kräutern. Also es gibt so die Idee, dass man zum Beispiel mit Rosmarin und Propolis arbeiten kann. Da gibt es so verschiedene Kräutermixturen, die man nehmen kann. Eine, die heißt e-Schutz von biopure.eu. Das ist ein Tipp von Dr. Klinghardt. Die ist klasse, das funktioniert gut. Muss man halt immer wieder einnehmen. Und wer sagt, ich möchte jetzt nichts haben, was ich immer einnehmen muss, der kann zum Beispiel arbeiten mit bestimmten anderen Schutzdingern. Und wir haben Verschiedenes getestet. Wir haben also in der Praxis haben wir bestimmt 230 verschiedene von diesen ganzen Schutz- und Harmonisierungs- und Elektrosmog, was auch immer, schwächenden Mitteln getestet und Maßnahmen und Ketten und Chips und allem Möglichen. Und es kommen auch immer wieder neue noch auf uns zu, durch Patienten, die uns fragen, hast du das auch schon und kennst du das auch schon? Und es haben letztendlich tatsächlich nur drei Technologien wirklich effektiv was gebracht. Alle anderen haben leider diese ganzen Tests, die wir gemacht haben, nicht bestanden. Und diese drei, eine Firma davon ist nicht mehr existent, die gibt es nicht mehr am Markt. Und die anderen beiden Firmen, das ist einmal die Firma VitaChip und das ist einmal die Firma G-Blanko. Die machen solche Ketten und Anhänger und G-Blanko ist relativ teuer. VitaChip ist günstiger und die wirken beide auf eine verschiedene Ebene. Und der VitaChip, der wirkt halt großartig an der Stelle, wenn ich sage, ich möchte diese ganzen Strahlungen, die irgendwie entstehen in Geräten, ich möchte die umwandeln in was Positives. Ich möchte die harmonisieren. Also ich möchte, dass diese Strahlung nicht mehr ein Störgeräusch ist, wenn sie auf meine Zelle trifft, einfach nur ein lauter Krach, sondern dass sie moduliert wird. Und das wird eben geschickt gemacht durch Bioresonanzinformationen, die in dem Chip verarbeitet sind. Dann wird quasi alles, was darauf eintrifft, an elektromagnetischer Strahlung, wird umkonvertiert in eine Art Bioresonanz-Heilschwingung, wo Informationen über Vitamine, Mineralien und Ähnlichem entstehen. Das ist etwas, was es so nicht gibt. Das ist echt großartig und hat wirklich funktioniert. Wir haben es in verschiedenen Ebenen getestet. Einmal mit unserem autonomen Regulationstest, aber dann auch mit der Dunkelfeld-Mikroskopie. Was für mich da wichtig ist, wenn etwas funktionieren soll, dann muss man das in der Biologie live sehen, physikalisch. Und was man bei der Dunkelfeld-Mikroskopie sieht, ist, wenn jemand zum Beispiel mit dem Handy telefoniert oder Elektrosmog durch WLAN ausgesetzt ist, dann verlieren die Blutzellen ihre Ladungen. Das heißt, die haben normalerweise eine Ladung nach außen plus, nach innen minus und stoßen sich dadurch gegenseitig ab. Und dieser Abstoßeffekt, der verschwindet, und dann kleben die alle aneinander. Das ist die Geldrollenbildung, ja. Genau. Das Rollen, genau, die Geldrollenbildung. Und wenn jetzt irgend so ein Tool es schaffen soll, dass es einen harmonisiert oder schützt ein bisschen vor dieser Strahlung, dann muss man unter Provokation sehen, dass das Blut erhalten bleibt. Und genau das haben wir als Testreihe mitgemacht und haben eben gesehen, dass es bei diesen beiden, die ich genannt habe, vor allem beim Vita-Chip, gut funktioniert. Also es bleibt tatsächlich, das Blut bleibt einzeln und das ist großartig. Ich schmunzle jetzt ein bisschen, weil ich hatte heute Morgen einen Professor aus Deutschland, aus einem deutschen Labor interviewt. Und der hat bewiesen, und das finde ich das großartige, das, was Temo, du sagst, wird immer schnell in die Esoterik-Kecke abgeschoben. Aber du hast es auch gemessen, und er hat es in der Zelle bewiesen, dass man tatsächlich Informationen in eine Zelle übertragen kann und daher einen gesundheitlichen Effekt erzeugen kann. Und das ist einfach, weisst du, da reden wir von Informationsmedizin, und er hat die geistige Komponente, das Mentale ausgeschlossen durch Doppelblendaktionen. Also diese Chips, diese Energieträger, die funktionieren definitiv. Ja, ja. Aber wird in der Schulwissenschaft noch, wie hat er gesagt, es wird noch beschmunzelt und die Ergebnisse hinterfragt oder bestaunt. Aber es muss noch 20, 30 Jahre lang ergehen, bis man da wirklich Ausbildung macht. Deshalb schmunzle ich jetzt schon wieder, weil ich rede jetzt heute wirklich zweimal das gleiche Thema. Ja, na ja, das ist die Medizin der Zukunft, geht in diese Richtung. Und was wir halt sehen müssen, ist, dass wir auf der einen Seite unbewusst Dinge mit uns tun, die schädlich sind tatsächlich, weil Information kann ja auch in die falsche Richtung arbeiten. Also wenn jetzt wir wissen, dass der Zugang, dass diese elektromagnetischen Strahlungen, die um uns herum sind, die haben auf jeden Fall in der Frequenz, in der sie gestrahlt werden, auch das 5G, aber auch die anderen Arten, die haben auf jeden Fall einen Zugang zu unserer Zelle und auch zu unserer DNA. Die gehen in Resonanz mit dem Ganzen. Da können wir uns gar nicht gegen wehren. Jetzt ist nur die Frage, was für eine Information transportiert diese Welle? Das ist wie mit dem Radio. Ich kann auf einer bestimmten Radiofrequenz, kann ich jetzt entweder Klassikmusik senden oder Hardrockmusik oder irgendwas Modernes. Und das ist genauso mit dieser ganzen Mobilfunkstrahlung. Wenn ich jetzt da aber irgendwelche blöden Internet-Sachen drin habe und Telefongespräche und was auch immer, dann kriegt das alles die Zelle ab. Das heißt, dieser ganze komplette Informationsüberfluss, in dem wir stecken, den kriegen wir im Grunde jeden Tag in unsere Zellen rein. Und da ist es sinnvoll zu sagen, okay, man kann da was vorfiltern und man kann aus diesem Ganzen einfach eine schöne, saubere Melodie machen, also etwas, was unseren Zellen gut tut. Wo sie dann sagen, ja, da kann ich was mit anfangen. Und das leistet eben der Bita-Chicken. Das finde ich halt genial. Ich glaube auch, dass unser Körper ja gelernt hat, Anspannung und Entspannung hin und her zu switchen. Ich glaube, Elektrosmog ist eine Anspannung, ein Stressmodul. Und ich glaube, wir sind alle gut beraten, uns viel mehr auch mit der Entspannung auseinanderzusetzen, sodass wir wirklich den Stress des Tages wieder ablösen können. Da gibt es ganz, ganz viele wissenschaftliche Studien, die uns zeigen, dass der Parasympathikos einfach nicht mehr hochkommt und wir ständig eigentlich in diesem Stressmodus sind. Also hier auch wieder meine Frage, wie gibst du oder wie empfiehlst du einem Menschen, dass er sich zu Hause eine Wohlfühloase bauen kann, wo er genau diesen Störfüll, nicht ausgesetzt ist? Naja, das Entscheidendste ist, zu Hause diesen ganzen Elektrosmog auszuschalten. Also wirklich das WLAN ausmachen und alles verkabeln. Es gibt mittlerweile auch für die Handys Adapter, dass man mit einem Kabel das ins Handy hineinsteckt und dann kriegt das Handy auch Internet über das Kabel. Also die Handy-Technik, die ist mittlerweile so weit. Alte Handys können das unter Umständen noch nicht, aber die neuen Modelle können das meistens. Und das heißt, man muss im Grunde überhaupt gar keinen WLAN anhaben, permanent, sondern es vielleicht benutzen wie ein Elektroherd, dass man es mal anmacht, wenn man es wirklich braucht und ansonsten wieder ausmacht. Das Gleiche gilt aber auch für Smart-TV, für Bluetooth, Lautsprecher, Bluetooth, Kopfhörer, was viele nutzen. Alles Ganze ist Funk, überall Funk. Und da sollte man einfach schauen, dass man eine Funkhygiene herstellt. Und natürlich eben, was wir am Anfang schon hatten, gucken, wo ist mein Wohnzimmer ausgerichtet? Also habe ich irgendwo Handy-Masten in der Nähe, die das Ganze bestrahlen, die da einfach mich grillen, während ich da drin sitze? Und das Gleiche gilt aber auch für den niederfrequenten Strom. Ich muss auch schauen, dass ich den im Bewusstsein halte. Das heißt, alles, was ich in die Steckdose stecke, so eine Stehlampe zum Beispiel, die in der Steckdose steckt, macht ein unglaublich starkes elektromagnetisches Feld. Und meistens sind die ja dann am Sofa neben dran, sind diese Stehlampen, und da sitze ich. Das heißt, ich sitze dann permanent, vielleicht ein, zwei, drei Stunden am Abend neben so einem Elektrofeld. Und das ist auch wieder nicht gut. Das bringt mich wiederum in Stress, hält mich wiederum in einem Sympathikotonen-Zustand. Und das heißt, bei niederfrequenten Dingen ist der Abstand wichtig. Also mindestens einen Meter Abstand zu diesen Geräten in Steckdosen, dann ist meistens gut. Ist super. Da kann man noch mit dem Abstand ein bisschen was herstellen, ja. So schön, so schön, was du erzählst. Weißt du, warum diese Stehlampen so einen starken Elektrosmog machen? Die sind alle nicht geerdet. Die haben zwei Polstecker an sich, nicht drei. In der Schweiz haben wir drei oder in Deutschland die Erdung rechts, links. Ja, ja, genau. Und das sind der klassische, der Schuko-Stecker, das ist der geerdete. Ja. Und diese klassischen schmalen Stecker, die sind nicht geerdet. Genau, so ist es. Und viele Nachttischlampen, die haben die Leute am Schlafzimmerbett. Das ist wichtig. Radio-Wicke am Schlafzimmer, die in der Steckdose stehen. Und wieder zwei Polstecker, nicht geerdet. Genau das gleiche Thema. Ich habe es gemessen. Wir haben da Messinstrument und haben wirklich in Volt gemessen, die Energie. Statt null haben sie bei der Nachttischlampe bis zu 180 Volt an der Birne gehabt. Übrigens auch beim niederfrequenten Strom von der Steckdose her vibriert auch ständig raus, wenn irgendwo was zieht. Unser wichtigster Tipp ist, dass man die Sicherungen in der Nacht mindestens vom Schlafzimmer ausschaltet. Am besten noch von den nebendran liegenden Räumen, weil die Leitungen, die auch in die Nachbarräume gehen, sind in der gleichen Wand verbaut. Und am besten diese ganzen Sicherungen ausmachen. Bisschen kritisch wird es, wenn die Küche nebendran ist, weil da ist der Kühlschrank dran. Aber die meisten Kühlschränke halten sieben bis acht Stunden die Temperatur. Also das heißt, man kann das auch mal probieren. Wenn man jetzt nicht gerade irgendwelche hochempfindlichen Dinge im Kühlschrank hat, dann kann das normalerweise gut gehen. Wir haben das lange, lange Jahre so gemacht mit der Küche. Jetzt haben wir glücklicherweise eine Wohnsituation, wo die Küche nicht mehr am Schlafraum ist. Wir machen aber die Schlafzimmer schon seit über zehn Jahren, machen wir immer alles aus. Ich bin länger sogar noch, 15 Jahre oder so. Ich bin immer derjenige, der abends rumgeht und macht die Sicherung aus von allen Schlafräumen und morgens mache ich sie wieder an. Und das ist optimal, weil man schläft dann wie in einer Berghütte. Verstehe ich, ja, klar. Jetzt ist mir noch so ein Beispiel in den Sinn gekommen, diese Salzkristalllampen, die heutzutage auch sehr viele Wohnungen beschmücken. Die haben eben auch immer wieder diesen Zweipolstecker drin, eine Lampe. Es ist ja schön, es sieht super aus, aber die ganze Luft wird kaputt gemacht und der Elektrosmog ist echt groß. Also auch da wieder immer schauen, dass das Zeug geerdet ist. Genau. Ja, und was man machen kann, ist halt zusätzlich noch, wenn man das möchte, dass man einfach diese ganzen Geräte, die jetzt in irgendeiner Form Strahlung abgeben, was man nicht umgehen oder ausschalten kann oder möchte, dass man daran arbeitet mit solchen Tools wie jetzt diesem Vita-Chip oder dieser Chip-Lanko-Technik. Also damit kann man tatsächlich es schaffen, dass das Ganze nochmal mehr harmonisiert wird. Klar. Jetzt, wenn ich diesen Professor von heute Morgen richtig verstanden habe, und das habe ich, dann würde ja eigentlich dieser Chip jetzt nicht nur auf dem Handy wunderbar auf dem Handy wirken, sondern ich könnte ihn wahrscheinlich auch bei gesundheitlichen Problemen, also wenn es irgendwo zwickt, wahrscheinlich auch draufkleben. Hast du das auch schon getestet? Ja, das Spannende ist, dass es zu dem Chip, so bin ich damals darauf gekommen, da gab es eine Studie, die gemacht wurde mit Schmerzpatienten. Und tatsächlich wurde das geschafft, dass man eine signifikante Zahl, ich glaube über 80 Prozent der Schmerzpatienten haben mit dem Chip erfahren, dass sie eine Erleichterung der Schmerzen haben. Und das haben wir dann auch in der Praxis immer wieder angewendet, dass wir Patienten diesen Chip geraten haben, sich den zu besorgen und auf diese chronischen Schmerzstellen zu geben. Und tatsächlich hat das gut funktioniert. Bei manchen besser, bei anderen weniger. Man muss halt schauen, auch was sind die ganzen Rahmenbedingungen vom einzelnen Menschen natürlich. Aber das hat eine tolle Funktion, auch im gesundheitlichen Sinne. Ja, also man kann sich damit gesundheitlich auch noch zusätzlich stärken, wenn man so will. Also ich werde noch für Sie, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, den Namen des Professors in den YouTube-Text reinschreiben, der sich da damit beschäftigt hat. Da können Sie nachgoogeln, Sie können auch die Sendung noch anschauen, was er alles da bewiesen hat, heute wissenschaftlich und auch weltweit Vorträge macht. Eben, dass solche Chips mit Informationen tatsächlich eine Wirkung haben auf die Zelle, sowohl in negativer Informationen, wie auch eine positive Information. Aber negative kriegen wir ja genügend zugeschallt. Es ist gut, wenn wir uns mit positiven auseinandersetzen. Ja, ich denke, da haben wir einen guten Rahmen an Möglichkeiten aufgebaut in dieser Sendung, wo wir jetzt nicht den Vogel-Strauß-Prinzip Kopf in den Sand stecken sollten, sondern wirklich die Technologie nutzen, wenn sie da ist. Großartig, wunderbar, aber eben auch abstellen können, wegschreiben können, dass wir hier eine Rückzugsoase bauen, wo wir das eben dann nicht haben. Wie reagiert eine Patientin übrigens? Ja, ich vergleiche das immer gerne, vielleicht noch, ich vergleiche das immer gerne mit, ich bin so ein alter Fan vom Raumschiff Enterprise, von den moderneren Folgen, nicht von den ganz alten. Und was da gemacht wird, ist ja, ich meine, die fliegen da mit einem Raumschiff durch den Weltraum und das ist ja alles Science Fiction und so, aber es gibt da auch dieses ganze Problem der Strahlung, die von außen reinkommen und die haben die sogenannten Umweltsysteme. Das heißt, die haben einen Schutz vor diesen Strahlungen und das ist etwas, wo wir auch dran denken müssen. Also das Ganze, wie du schon gesagt hast, nutzen ist sinnvoll, aber eben auch daran denken, dass wir ein lebender Organismus sind und dass wir uns vor diesen Systemen irgendwie schützen sollten und das nicht einfach so benutzen sollten. Weil die Gefahr ist tatsächlich, die chronische Erkrankung, die dann unter Umständen nicht mehr so einfach rückgängig zu machen ist, sowas wie Krebs oder die Gehirnerkrankungen, Alzheimer, Demenz, Parkinson, MS, das sind alles so Dinge, die entstehen können, wenn man zu lange dem Elektrosmog ausgesetzt ist. Ja, da gibt es zu viele Studien und trotzdem wird alles nach wie vor zerrissen in den öffentlichen Medien oder auch eben von Regierungskreisen her, dass das alles gar kein Problem ist. Nicht gewünscht. Ja, es ist irgendwie ein bisschen traurig, dass nach wie vor auch in solchen Dingen der Dialog nicht gefunden wird, es wird nicht diskutiert, es wird entschieden, es wird gesagt, es ist so. Beschäftigt man sich mit diesen Studiendetails, dann stellt man sich als Laie nur noch Fragen, wie kann man mit einem Fiebermesser gewisse Richtwerte festlegen, die überhaupt nichts mit dem zu tun haben. Also, ich weiß auch nicht. Einfach manchmal nur peinlich. Ja. Also, lieber Matthias, danke ganz herzlich für deinen Input, deine Empfehlungen, deine Tipps und dass wir doch ein bisschen Zuversicht haben sollten und jetzt nicht einfach verzweifeln sollten, über 5G kommt. Herzlichen Dank und Ihnen auch, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, danke, dass Sie uns durch die Sendung begleitet haben, danke, dass Sie sich mit diesem Thema 5G auch mal kritisch auseinandersetzen, aber auch die Möglichkeiten nutzen, die es einfach mal gibt, das einfachste, wirklich Sicherung raus in der Nacht und vielleicht das eine oder andere Abschirmung zu machen im Bereich der Schlafzimmer, damit Sie wirklich dort acht Stunden lang in Ruhe sich erholen können. Ja, und vielleicht auch zwischendurch mal barfuß laufen. So, das war's, alles Gute, bis ein anderes Mal und auf Wiedersehen miteinander. Bis zum nächsten Mal.